Mein Name ist Thomas Hans Zillhardt von der Firma Trival. Wir machen Baumpflege und Baumkontrolle deutschlandweit und wir haben uns für den Leguan 190 von Leguan Lifts entschieden, weil das die größte Maschine ist, die, sage ich mal, noch kompakte Maße für den Transport hat. Die sind bei den anderen Anbietern mal locker 1 Meter, 1,50 Meter länger und wenn ich mit der Maschine fahren muss oder rückwärts einparken muss, da ist jeder Zentimeter, wo die Maschine kürzer ist, ein Gewinn. Wir sparen damit unheimlich Zeit, also es fängt schon beim Abstützen an. Wir drücken einmal das Knöpfchen für Stützen runter, der Leguan fährt die Stützen runter, tastet im Gelände alles ab und nivelliert sich selber. Das ist, gerade wenn man zwei Gefälle hat, unglaublich wertvoll. Der Leguan hat jetzt nicht nur ein Teleskop, sondern auch mehrere Gelenke. Dadurch haben wir es einfacher, in die Krone zu kommen, weil wir halt auch, sage ich mal, einen rechten Winkel fahren können. Und da ich auch noch einen Rüssel dran habe, einen Korbarm, kann ich da zum Beispiel auch ein Hindernis überwinden. Das kann man mit der Maschine sehr gut machen. Bei Straßenbäumen habe ich den Vorteil, da kann ich die Maschine direkt vom Anhänger aus abstützen und muss die gar nicht abladen, weil die Maschine schützt sich ab und hebt den Anhänger ein bisschen mit an und wenn ich fertig bin, fahre ich die Stützen wieder hoch und dann passt das. Am besten gefällt mir die einfache Wartung, das Abschmieren und die Flexibilität, weil ich überall dran komme zu 90 Prozent. Riesenvorteil für uns beim Leguan ist, durch die Notablassfunktion, wo ich jedes Gelenk einzeln bedienen kann, komme ich auch alleine von der Maschine runter. Was auch noch ein riesen Gewinn ist, ist das Bedienfeld unten an der Maschine, weil es ist genau das Gleiche, das ich oben im Korb habe. Das heißt, sollte mir oben im Korb was passieren, kann der Mitarbeiter mich mit dem Bedienfeld von unten perfekt runterholen. Also der Leguan ist von vorne bis hinten eine durchdachte Maschine, muss ich wirklich sagen, hat mich sehr überrascht bei vielem und ich kann jedem nur empfehlen, wo in der Baumpflege ist, probiere die Maschine mal aus, die ist echt goldkär.